Hier haben wir den Eingang für Rollstuhlfahrer. Die können hier auch super schön machen. Da kann man aber da reinfahren und die große Kuhlandschaft super schön machen müssen. Hier direkt nebenbei zur Rollstuhl. Und was es sehr schön gibt, sind die Liegen. Die sind super bequem, keine durchgelatschen Liegen. Und Schirme sind auch jede Menge da. Und hier unten ist dann der zweite Bereich. Ein paar Treppen runter. Und ganz vorne ist dann die drübe. Da hat super schön alles hier.